Musik Grüß euch bei der heutigen Ausgabe von Kärntnergrisch Gret der Landjugend Bezirk St. Veit. Heute dürfen wir bei uns da die Ramona Ruttrecht, unsere derzeitige Bundesleiterin der Landjugend Österreich begrüßen. Sie ist extra vom Laufenthal zu uns da herangereist. Ja, Dankeschön der Landjugend Bezirk St. Veit zur Einladung zu eurer Ausgabe von Kärntnergrisch Gret. Ich bin natürlich gerne da aufgefahren zu euch ins Kopfwald, wo jetzt im Hintergrund auch schon die Pflüger trainieren für die Drei-Furchen-Tournee und für den Bundesentscheid Pflügen. Ja, ich habe euch ein passendes Wort, glaube ich, mitgebracht, was zu den Pflügern auch passt. Und zwar der Wort. Der Wort ist bei uns in Kärnten der Weizen. Österreichweit sorgt es aber oft auch für ein bisschen Verwirrung, weil das Wort in anderen Dialekten anders verwendet wird. Bei uns in Kärnten ist Worts der Weizen. Danke, liebe Ramona, für dein kärntnerisches Wort und die Erklärung des Worts. Danke, liebe Ramona. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017